Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist hier in Fairhaven. Ja, wo wir gerade so ein bisschen mit dem Geld so liebe Sorgen haben momentan. Das ist nicht ganz ohne. Das ist ein bisschen tricky gerade, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen es hin. Es wird auch wieder bessere Zeiten kommen. Bin ich mir absolut sicher. Müssen wir nur mal zusehen, dass wir irgendwie mal... Ja, komm. So schlimm ist es auch nicht. Wir haben jetzt wieder Nachfrage, Zuzug. Das ist gut für uns. Das ist sogar sehr gut für uns. Das heißt, wir werden hier mal ein bisschen was bauen. In der Hoffnung, dass die hier auch hinziehen. Denn ich würde hier auf jeden Fall ganz gerne mal eine Busverbindung hinbauen. Wir müssen das hier hinbauen. Dass wir hier mal vorankommen. Aber dazu brauchen wir Geld. Momentan werden wir halt so ein bisschen aufgefressen, was das angeht. Aber hier steigen jetzt die Mitarbeiter. Das ist gut für uns. Weil wenn wir das hier zu hoch kriegen, dann kriegen wir auch mehr Einnahmen wieder. Und das ist ja Sinn des Ganzen. Das klappt hier hervorragend. Da bin ich zufrieden. Das ist hier unser... Ja, unser Kreisstadt. Unser Halbkreis. Unser dichtes... Unsere große Innenstadt sozusagen. Alles andere sind Außenbezirke. Hier ist irgendwie gar nicht so viel los. Wir machen zwar ein bisschen Profit. Aber noch nicht so gut. Aber das klappt hier. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. So weit, so gut. Hier hinten. Hier ist auf jeden Fall gut was los. Ist hier eine Ampel? Wäre ein starkes Stück. Ne, ist keine Ampel, oder? Dann setzen wir hier eine Ampel. Setzen wir keine Ampel. Nein, die sollen sich hier eigentlich eher selber regeln. Ja, auch. Das ist okay. Hier hinten ist ein bisschen Druck drauf. Weil die natürlich hier auch abgeben wollen. Was, kriegen wir schon irgendwie hin? Hier ist auch ein bisschen was. Warum geht denn hier die Straße nicht weiter? Habe ich den da gemacht? Merkwürdig, was ich mir manchmal denke. Warum ist denn jetzt kein Strom? Hallo? Was ist denn jetzt los? Was ist mit dem Strom? Warum ist kein Strom? Was ist denn mit dem Strom jetzt los? Verfügbarer Strom. Seid doch verbunden. Kann doch nicht sein, dass wir nicht genug Strom jetzt haben, oder? Das wäre natürlich jetzt richtig ungünstig, dass wir jetzt nochmal nachlegen müssen, irgendwie mit einem Kraftwerk oder sowas. Sind ja auch wieder Kosten. Das ist ja echt nicht so toll. Dann machen wir jetzt, mache ich jetzt was Ungernes. Wir nehmen mal ein Darlehen auf. Und zwar das große. Wir holen uns jetzt nochmal Strom, definitiv. Das ist mir zu riskant hier. 80 Megawatt. Mal ganz kurz. Ähm. 336. Ist das hier? 214. Lärmbelästigung von 25. Gelände muss an einer Straße sein. Was machst du? Du machst Lärm und Verschmutzung. Ah, nicht gut. Nichts mit dir aus. Nur Lärm. Okay. Dann kriegst du jetzt nochmal Strom. Brauchen wir mal eine kurze Straße. So, okay. Machen wir so. Jetzt müsste ja eigentlich genug Strom drauf sein. Wir gucken mal. Na? Geht alle wieder an? Ja, jetzt gehen alle wieder an. Sehr gut. Okay. Damit haben wir wieder Strom drauf. Stop. Jetzt nächste Baustelle. Jetzt versorgen wir nämlich das neue Viertel hier auf jeden Fall mit einer Buslinie erstmal. Weil das ist ja furchtbar sonst. Ähm. Dumm, dumm. Und zwar haben wir hier diese Stelle. Dann suche ich mir mal das aus. Das aus. Das. Erstmal die Außenlinie. So ein bisschen. Jetzt machen wir es in die andere Richtung genauso. Wenn möglich. Haben wir hier nichts. Doch hier. Haben wir keine. Doch hier ist noch was. Hier nichts weiter gesetzt. Da komm. Wir setzen immer trotzdem nochmal eine hin. Okay. Haben wir auch. Und jetzt machen wir das ganze Spielchen nochmal. Von. Ja, komm. Genau. Neue Linie. Ich will hier durch. Da lang. Da lang. Okay. Dann gehen wir hier nochmal lang. und hier. Innenstadtbereich. Dann machen wir jetzt hier auch nochmal. Dass die hier wirklich gut abgedeckt sind. Ähm. Bum, 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 bum. Und dann sollte das auch laufen. Müssten die hier expandieren wollen, wie die Bekloppten. Theoretisch zumindest. Die sehen hier aus mit der Feuerschichte. Sieht gut aus. Schultechnisch. Fehlt's denn noch? Oberschule. So, okay. Wie sieht's aus? Freut ihr euch? Ah, vereinzelt, ja. Aber nicht alle. Dann machen wir da noch einen hin. Ähm. Dann haben wir... Was ist das hier? Äh. University. Highschool. Haben wir hier hinten gar nichts. Na. 15.000. Hat uns das gekostet. Perfekte Versorgung hier hinten in dem neuen Gebiet. Für die Arbeiter. Und ich denke mal, jetzt müssten die hier eigentlich... Wie die Blöden einziehen wollen. So, wir warten mal. Ein Gebäude steht in Flammen. Na super. Hier hinten. Ich hoffe schnell, meine Rettungshubschrauber kommen schnell. Ich mach mal schon wieder so viel Minus. Das ist Wahnsinn. Blöder Kredit. Na komm. So ein Top-Gebiet jetzt hier. Super Versorgung. Vor allen Dingen. Parks, Nahverkehr. Parks, Nahverkehr. Was wollt ihr mehr? Zieht ein. Aber schnell. Zieht schnell ein. Fast keine Nachfrage. Das ist echt übel. Finde ich echt schade. Und hier ist auch nur vereinzelt. Das ist übel. Das ist echt übel. Jetzt hier aus. 79. Ja, es wird langsam. Hier ist ein verlassenes Gebäude. Ich werde bescheuert. Komm. Ja, ja. Uns geht das Geld aus. Teilweise zumindest. Jetzt kriegen wir auch wieder ordentlich was rein. Oh, und das sieht ja auch krass aus hier, oder? Das sah ja gerade übelst aus. High School. Ey, wir sind mal im Plus. Wahnsinn. Ich werde bescheuert. Ist der Hammer. Das heißt, wir können mal wieder ein bisschen was bauen. Was haben wir denn hier? Picknick Park. Äh, nee. Machen wir mal folgendes. Wir haben doch hier einen wunderbaren See, ne? So, und dann freut euch daran. Jetzt haben wir hier United Warenhausen. Burger King hätten wir auch noch. So, sehr gut. Im Industriegebiet ein Burger King. Hm. Ach komm, was soll's. Was soll der Geiz? Wenn's die freut. Schaden tut's uns nicht. So, gut. Hier sieht's gut aus. Hier sieht's mir ein bisschen zu low aus. Die könnten noch was vertragen hier. Ein paar, äh, Annehmlichkeiten. Nicht der Meinung, ähm. Da, 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 da. Kaffee könnten die hier noch gebrauchen. Hm. Das müsste ich auch gut freuen. Äh. Was ist das hier? Roundabout Trampstop. Ein Apple Store. Ach komm. Ein Apple Store. Gucken wir uns mal an. Ja. Ganz nett. Ganz nett. Auf jeden Fall gefällt's unseren Leuten. Und das ist schon mal das Wichtigste. Ähm. Hier hinten ist mir das noch alles ein bisschen zu leer. Tja. Äh. Vielleicht können wir das Ganze hier mal toppen. Mit irgendwas gigantisch. Ein Uhrenturm. Lärmbelästigung. Ah, der macht ein bisschen viel Krach, der Gute. Den großen Burger King. Ja. Ist klar. So ein riesen Klopper. Wollte ich hier nicht hinbauen. The Pearl. Unterhaltung. Unterhaltung. Oh. Okay. Ja, komm. Hau rein. So. Dann haben wir natürlich hier auch noch ein paar coole Dinger. Vielleicht kriegen wir den hier rein. Ist zu klein. Schade. Hm. Stufe 3. Ich versuche gerade so ein bisschen alles so ein bisschen hoch zu pushen. Geldmäßig sieht es jetzt wieder ganz okay aus. Komischerweise. Ähm. Eine Mall. Aquarium. Double Stage. Was ist das hier? Hollywood Studio. Ich habe so viele Sachen. Äh. Roundabout Building. Hm. Hier haben wir auch noch was. Zu klein. Zu klein. Viel zu klein. Ne. Die passen hier nicht rein. Die sind alle zu klein. Schon eher. Es wird langsam. Ah. Das sieht doch auch geil aus, oder? Gucken wir uns mal an. Yes. Das sieht geil aus. Das macht doch den, ähm. Kreisverkehr gleich doch um einiges ansehnlicher. Gucken wir mal, wo wir noch Kreisverkehre haben. Hier ist auch noch einer. Ich könnte mal auch noch was hinsetzen. Ähm. Gucken wir mal, was wir hier haben. Kostet natürlich auch was. Wo hatten wir es denn? Eben hatten wir es doch. Oder war das hier? Ja, hier war das. Ähm. Dum 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 dum. Der ist eigentlich zu klein. Jetzt haben wir den hier. Docks end. Keine Ahnung, was das ist. Wasser benötigt. Okay. Komm, machen wir das hier rein. Jetzt gucke ich mal. Hier hinten haben wir hier irgendwie einen Kreisverkehr. Den da. Aber das ist... Hm. Ich suche jetzt den Kreisverkehr. Hier hinten ist schon wieder kein Strom. Was ist denn hier los, ey? Ich habe doch genug Strom. Wasser. Ernsthaft jetzt? Wegen Wasser könnt ihr nicht arbeiten, oder was? Und jetzt sag mir bitte, dass jetzt wieder Strom drauf ist. Und sonst werde ich verrückt. Unglaublich. Unglaublich. Da will man hier in Ruhe was machen. Und dann sowas. Ähm. Da, 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 da. Hier ist da auch noch was. Kicken wir den da rein? Nein, kriegen wir den nicht. Den kriegen wir auch nicht rein. Das ist schade. Geht auch nicht. Zu groß. Alles zu groß, oder was? Schade. Oh, komm. Das ist jetzt aber doof. Das gibt's doch nicht. Schon wieder irgendwo... Mann, Mann, Mann. Eine Menge Tote jetzt auch vor allen Dingen. Das ist nicht schön. Ich hoffe mal, dass die hier auf Trab kommen. Ui, 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 ui. Okay. Umberhügel. Dann wisst ihr was? Dann machen wir jetzt folgendes. Dann bauen wir jetzt hier... ...nochmal was rein. ein Standard-Kreisverkehr. Und zwar einen kleinen. So, der soll. Ähm. Da, nee, nee. Das machen wir so nicht. Der hat den einen Ausgang. Das ist doch okay. Dann machen wir... ...den da hin. Oder nee, warte mal. Das ist auch doof. Den hätte ich gerne da reingebaut. Das sieht eben schon cool aus. Dann machen wir so. Und dann machen wir jetzt was Vernünftiges dahin. Okay, das ist zu klein. Zu klein. Alles zu klein. Kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Äh, jetzt wird es schon langsam etwas mehr. Schon besser. Ähm. Dum, 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 dum. Ja. Schon viel besser. Der hier passt schon mal perfekt da rein. So, mit der hier. Auch cooler aus. Was ist das? Der ist zu groß, ne? Schon wieder zu groß. Aber das Ding hier passt gut rein. Yes. Boah. Himmlisch. Himmlisch, Freunde. Himmlisch. Da muss ein Screeny her. Sorry. Das sieht geil aus. Und dann wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir haben doch jetzt hier, ähm, wo sind die jetzt? Wartet mal kurz. Ich muss mal durchscrollen. Ähm, bum, 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 bum. Wir hatten sie doch gerade. Oder waren die hier? Waren die hier? Waren die hier? Ich gucke gerade. Eh, 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 modern Art. Wo waren die jetzt? Suche jetzt die ganz Bestimmten. Die hat dich doch schon gesehen gehabt. Ähm, bum, 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 bum. Das ist, wenn man so viel Zeugs auf der Platte hat, sozusagen. Plätze. Plätze. Ne, das ist es auch nicht. Ne, das ist es auch nicht. Muss hier sein, irgendwo. Brandenburger Tor. Nee. Staatstheater. Alles schön und gut. Suche, was ganz Bestimmtes. Ihr wisst, was ich meine. Äh, nö, 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 nö. Äh, wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Hollywood Studios. Nee, das will ich auch nicht. Stadion. Die Dinger hier. Warnabed Building. L01. Passt fast hin. Nicht optimal. Ich glaube, es ist für den großen Kreisverkehr. Kann das sein? Kann das sein, dass es für den großen ist? Mal ganz kurz gucken. Haben wir irgendwo einen großen Kreisverkehr? Äh, warte mal ganz kurz. Machen wir folgendes. Ich will mal das austesten. Das will ich jetzt noch haben. Ähm, bumm, bumm, bumm. Machen wir ruhig. Dahin. Äh, wo ist das Ding jetzt? Da ist es. Nicht genügend Geld. Äh, es passt nicht. Okay, es ist ja auch ein bisschen doof. Wir hatten doch noch mehr davon gehabt, oder? Bin ich jetzt besoffen? Ihr habt denn doch noch mehr. Ganz, ich weiß ganz genau. Hyatt Hotel. Ihr habt so viele tolle Sachen, die ich hier bauen könnte mit euch. Aber es fehlt gerade so ein bisschen die Kohle. Aber liebe Freunde, das klingen wir hier irgendwie auch noch gewuppt. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, noch haben wir ja Kohle. Wartet mal ganz kurz. Das mache ich jetzt noch schnell. Ähm, das Ganze muss jetzt noch... Ähm, bumm, 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 bumm. Mal gegradet werden. Und zwar in schön, glaube ich. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mit Bäumen. Genau, ich will das mal upgraden. Okay. Okay. Machen wir mal so. Passt. Oh, Ort ist hier bereits belegt. Das ist natürlich nicht so gut. Aber geht. Ähm, mittendurch. Ah, zack. Okay, passt auch. Wie gesagt, das mache ich jetzt noch für euch. In dieser Folge. Und, äh. Oh, das ist auch in Ordnung. Und den. Jetzt haben wir nicht genügend Geld. Aber macht nichts, liebe Freunde. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall heute fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis daheim, bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed fornetgaming.tv. Bye, bye. Bye. Bis daheim, bin ich sicher. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020